So, noch schnell ein paar Cookies gemacht. Ja. Cookies. Ja, und zwar die großen, die es auch immer bei Subway gibt. Yummy. So, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich Mittag gegessen, den Rest davon gestern. Und habe dann eigentlich tatsächlich die ganze Zeit auf der Couch gechillt, bis die Jungs abgeholt wurden. Dann haben wir jetzt eigentlich hier die ganze Zeit, was weiß ich, gemalt, gepuzzelt. Meine Schwester war da gewesen und jetzt hatten wir noch Abend gegessen. Die Jungs sind jetzt gerade ins Bett, beziehungsweise, wenn man macht gerade irgendwie noch Nachtlicht und sowas an. Wir haben zwischendurch Kekse gebacken. Das sind sie, das sind so riesen XXL Cookies. Genau, die haben wir gemacht. Und wir haben dekoriert, die Jungs und ich. Ich zeige es euch mal. Das ist aber genau die gleiche Deko wie die Jahre davor, sozusagen. Wollen wir mal, also das von draußen auf. So ein bisschen das Verkehleung einfach nur. Moment. Ich zeige es euch mal. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also hier ist dieses Gespensterding. Dann die Riesenspinne mit diesem ganzen Spinnennetzoptik. Die spinnen dazwischen. Und wir haben noch unseren Kürbis. Der leuchtet eigentlich super schön, aber die Batterie ist leer. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das einfach nur austauschen kann. Keine Ahnung. Ja, das hat ihr natürlich super viel Spaß gemacht. Die haben draußen dann die ganze Zeit Fotos gemacht und gefilmt, als es fertig war. Genau. So. Ja. So war jetzt doch gut. Die Spiegelmaschine muss noch angemacht werden. Die Spiegelmaschine ist gerade fertig geworden. Und ich bin heute tatsächlich nicht viel weitergekommen mit meiner To-Do-Liste. Es sind wenige Haken an der Seite. Eigentlich nur Halloween dekorieren. Aber gestern habe ich einen großen Punkt abgehakt, weil ich wollte, ich hatte hier in diesem Board, hatte ich ganz, ganz, ganz viele Ordner. Und die wollte ich nämlich wegmachen, damit ich dieses Ding hier reinmachen kann. Genau, das hatte ich jetzt schon die ganze Zeit hier unten gehabt, um Malia immer mal wieder zu wickeln. Und ja, das ist dann halt eben für Malia und Lara. Und deswegen habe ich dieses Fach freiräumen wollen. Und da waren richtig viele Ordner drin gewesen. Und die habe ich dann mal rausgeholt und hochgebracht, aber davor komplett geordnet. Ich war da bestimmt anderthalb Stunden mit beschäftigt, weil ich die letzte Zeit gar nicht mehr Ordnung gehalten habe. Ich habe einfach nur, wenn irgendwas gewesen ist und abgehakt war, gefühlt da reingeschmissen und gar nicht mehr abgeheftet richtig. Und es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert. Aber das ist dann jetzt auch gemacht und abgehakt. Weil ich hatte es auf die Liste nur so als Punkt geschrieben, nach dem Motto rausholen, hochbringen und fertig. Aber das war ein größerer Akt. Aber zumindest ist die Halloween-Deko da, dass die nicht nur irgendwie für ein paar Tage da hängt und man sie wieder abmacht. Dann lohnt es sich ja schon fast gar nicht. Ja, genau. Das ist jetzt am Abend noch so passiert. Ich werde jetzt gleich mich auf die Couch legen, Keeping Up with the Kardashians anschauen. Ich habe mir natürlich meinen Vlog heute Mittag schon online gestellt und bin somit eigentlich fertig und gucke das eine Weile und hoffe, dass ich heute eine gute, ich wollte gerade sagen schlaflose, schlafreiche Nacht haben werde und werde mich dann morgen wieder bei euch melden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 20, na 25 nach 8. Es regnet in Ströme draußen. Richtig, richtig eklig. Die Jungs sind jetzt im Kindergarten. Ich habe mir gerade was zu frühstücken gemacht. Einen Himbeerblättertee und ich habe mir jetzt heute früh direkt diesen Wehen-Tee mal wieder aufgekocht. Den möchte ich heute einen Liter trinken. Genau. Heute ist, by the way, Freitag. Das heißt Wochenwechsel. 40. Ich kann es glauben. 40. Schwangerschaftswoche. I mean, keiner hat es gedacht. Aber, ja. So, ich bin voller Motivation. Ich habe heute Nacht wirklich gut geschlafen. Ich glaube, das war die beste Nacht seit Wochen. Wirklich seit Wochen. Ähm, mir geht es richtig, richtig gut. Ich bin voller Motivation. Delias hat später seinen Lokopäden-Termin und ich habe später meinen Hebammen-Termin. Genau, diese zwei Termine sind für heute oder stehen für heute an. Und ansonsten möchte ich versuchen, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Ich denke, das werde ich auch ganz gut hinbekommen, weil ich fühle mich wirklich gut. Also, ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass ich jetzt weiß, dass es eben nicht noch drei Wochen oder so gehen könnte. Ähm, dass sozusagen ein Ende der Schwangerschaft in Sicht ist. Also, theoretisch fünf Tage noch. Ähm, oder vielleicht auch früher. Und das ist irgendwie, ich glaube, das hat vieles gemacht. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte heute eine richtig, richtig gute Nacht. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Also, jetzt starte ich aber erst mal mit dem Frühstück, mit meiner Arbeit. Und, ja, dann melde ich mich später wieder. So, jetzt hatte ich den Delias vom Kindergarten abgeholt, zum Lokopäden gebracht und bin dann wieder nach Hause. Die Hebamme war jetzt da gewesen. Wir haben alles einmal besprochen. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich eine Wunschanleitung haben möchte. Das wusste sie alles noch nicht. Und sie hat sich alles mal aufgeschrieben, die ganzen Termine. Und dann hat sie noch Herztöne abgehört und getastet und so weiter. Sieht auch alles super aus. Und, ja, haben einfach das eine oder andere so ein bisschen besprochen. Und, ja, das war es eigentlich. Also, sie war nicht lange da gewesen. Vielleicht 25 Minuten oder sowas. Ging eigentlich relativ schnell. Dennoch habe ich es nicht geschafft, den Delias abzuholen. Das hat mein Mann jetzt schnell gemacht. Und, ja, ich habe jetzt gerade meinen Vlog beendet, was ich heute Morgen angefangen habe. Ich habe jetzt aktuell, ich glaube, vier Videos oder sowas im Petto. Das ist richtig nice. Das macht mich auch so innerlich ein bisschen ruhig, dass ich da so ein bisschen hervorgearbeitet habe. Genau. Jetzt gehe ich kurz zu meiner Schwester rüber. Wir wollen nämlich noch weitere Handabdrücke machen von der Kleinen. Genau. Und dann ist auch schon, weil wir haben jetzt halb zwölf, danach werden wir wahrscheinlich Mittagessen. Und dann, danach, nach dem Mittagessen, mache ich mich an meine To-Do-Liste ran. Das ist der Plan. So, jetzt gibt es Mittagessen. Leckere Raps. Ich habe das gestern schon vorbereitet gehabt. Das Fleisch und Co. Hat mein Mann nämlich gestern Abend schon gegessen. Meine Schwester und ich essen jetzt. Genau. Mache ich gerade an der Mikrowelle warm. Mit Käse und dann kommt da noch Tomaten-Gurke, Salat, Joghurt-Dressing, Schaf und ein paar Gewürze. Yummy. Sudele. Wir haben unsere Raps gegessen. Ich habe noch einen Joghurt gerade gehabt. Und jetzt bin ich direkt, bevor ich vor Müdigkeit mich einfach hinlege, direkt nach oben. Und Sonne, hallo. Long time no see. Und fange jetzt direkt an, meine Liste abzuarbeiten. Genau. Ich habe jetzt vor, unter anderem diese Türknäufe an die drei Türen noch zu machen. Und dann habe ich ja noch dieses Netzding, diese Kiste, also diese Netzschublade von Ikea. Die muss da noch rein. Und habe ein bisschen was mit Klamotten zu machen, weil ich hier einige Klamotten habe, die eingeräumt werden müssen. Die vorher auch in so einer Netzschublade waren, die jetzt aber vielleicht hier blöd aussehen. Keine Ahnung. Ich bin auch am überlegen, ob ich ein paar von diesen krassen Sommerkleidern in eine Kiste packe und die auf den Dachboden stelle. Weil das nimmt halt echt voll viel Platz weg, weil ich unglaublich viele Kleider habe. Ja, bevor ich das mache, gibt es für euch jetzt erstmal ein aufgebrauchtes Video oder ein aufgebrauchtes Produkte. Es hat sich nämlich wieder hier einiges angesammelt. Deswegen gehe ich da einmal durch. Ich habe hier zwei Duschprodukte leer gemacht. Einmal eins von Rituals. Das ist, ich liebe diese Duftrichtung. Es ist eine meiner Lieblingsrichtungen. Auch die weiß-rosane mag ich sehr, sehr gerne. Aber diese rote hier, die ist wirklich richtig genial. Schauergel. Es hat sich ewig lange gehalten. Also bis das jetzt leer gewesen ist, es war wirklich wow. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr ergiebig. Ich würde ich immer, oder habe ich in der Vergangenheit immer wieder nachgekauft, würde ich auch in der Zukunft immer wieder nachkaufen. Wobei, also ich gehe da jetzt nicht einfach mal irgendwo zu Rituals oder zu Douglas oder so und kaufe das einfach, sondern ich kaufe das immer irgendwie in Sets oder wenn wir in einem Outlet-Store waren oder irgendwie sowas, weil günstig sind die ja jetzt nicht unbedingt. Aber sehr, 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 sehr nice. Dann von Balea, das habe ich euch in einer der letzten Hauls gezeigt, habe ich jetzt direkt mal gebraucht. Und Duschschaum, ich stehe da momentan voll drauf. Ich habe hier auch die nächste Flasche schon rausgeholt von Nivea. Muss ich nur runter ins Bad mitnehmen. Duschschaum mit süßem Himbeerduft. Fand ich mega genial, war nicht irgendwie zu knatschig, süß oder sowas, sondern sehr, sehr angenehm, lecker und hat sich auch relativ lange gehalten. Also habe ich jetzt wirklich, ich weiß gar nicht wie lange benutzt, aber hat sich auf jeden Fall lange gehalten. Mochte ich sehr, sehr gerne, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Also der Duschschaum von Balea kann sich sehen lassen. Dann habe ich eine Handseife oder haben wir eine Handseife leer gemacht und zwar die Cotton Flower von der Eigenmarke Sephora ist das. Super leckerer Duft, also richtig, richtig angenehm. Es war so ein sauber Duft, aber noch dazu so Creme, also wie so eine Creme, einfach sauber, cremig, leicht blumig. Also sehr, 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 sehr nice auf jeden Fall. Und es ist zwar eine kleine Verpackung, aber die hat sich auch sehr, sehr, sehr langsam aufgebraucht. Also es hat jetzt hier wirklich eine ganze Zeit lang gehalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter hier drin sind. Und 235, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sieht irgendwie so winzig aus, aber 235 ist ja schon eine Menge. Ja gut, wenn man sich das in die Höhe denkt. Ja, dann von Denkmit natürlich ganz oft der Hygienespüler ist leer gegangen. Dann auch öfter leer gegangen von Babylove die feuchten Waschlappen. Lieben wir nach wie vor. Dann auch öfter aufgebraucht sind von sanft und sicheres feuchtes Toilettenpapier. Gerade diese Deluxe Cashmere Variante ist sehr, 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 sehr nice. Dann von Abelan habe ich gestern mal wieder die Wattepads nachgefüllt. Da haben wir so einen Behälter und da füllen wir die dann immer rein. Das sind Wattepads, was soll ich dazu sagen? Dann sind hier auch wieder Kinderzahnpasta, oder Pasten, leer gegangen. Irgendwo war auch eine noch von mir. Die habe ich jetzt gerade wieder, also ich muss sagen, ich mache davon extrem viele leer und schmeiße die immer wieder weg, weil das so kleine Pröbchen sind und ich gar nicht weiß, ob es die überhaupt zu kaufen gibt. Donntax, das ist extra, also das habe ich von meinem Zahnarzt bekommen und extra für empfindliches Zahnfleisch. Die ist sehr, 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 sehr gut. Dann die Elmex Zahnpasta, das ist ja Lias seine Lieblingszahnpasta und die von Signal ist die von Samo. Und die wollen auch keine andere haben. Wir haben schon alles Mögliche probiert, da auch auf die nächste Altersstufe und so zu gehen. Wir müssen es echt jetzt mal durchsetzen, aber keine Chance. Also der Lias, sobald er irgendwas hat, was ein bisschen schärfer ist, kriegt er seine komplette Krise und verweigert sich irgendwie komplett gefühlt. Naja. Dann von Bübchen das Pflegebad ist leer gegangen oder das Babypflegebad. Sensitiv mit natürlicher Kamille. Lieb ich, kenne ich aus meiner Kindheit, hatten wir zu Hause immer am Badewannenrand stehen und seit ich alleine wohne auch immer, immer, immer. Ist schon nachgekauft, steht auch schon wieder am Badewannenrand. Also ganz große Liebe. Damit bade ich mich eigentlich nur noch, weil ich ja so Probleme hatte mit der Haut, mit Juckreiz und sowas. Deswegen nehme ich nur noch solche Babyprodukte, wenn überhaupt, wenn ich dann mal es schaffe zu baden. Ja. Von Carefree, die Long Plus Slip-Einlagen. Ich liebe sie. Die haben jetzt eine neue Formulierung, dass die noch dünner sind, noch saugfähiger und so weiter. Also liebe ich. Seit so vielen Jahren, ich weiß nicht, seit wann ich die benutze, aber seit ich Teenie bin, bin ich da nicht auf irgendwas anderes aufgesprungen. Dann von Henniver die Cremeseife ist leer gegangen. Das ist ja so eine Nachfüllpackung. Im zweiten Stock haben wir so ein Doppelwaschbecken mit so Behältern, wo wir immer auffüllen. Und ganz unten im Bad, da kaufe ich immer solche Sachen einfach, um mal mich so durchzutesten. Aber in dem mittleren Bad haben wir immer unsere geliebte Henniver Seife. Wir lieben sie. Dann, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, habe ich eine Bodycreme oder eine Bodylotion leer gemacht. Also ich weiß nicht, ihr könnt wirklich mal jahrelang zurückgucken. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Von Bellybutton. Ich liebe sie. Ich finde sie richtig, richtig nice. Und ich bin immer überlegen, dass ich sie mir nachkaufe. Einfach auch so für den Alltag, weil ich mochte den Geruch. Ich mochte, dass sie schnell eingezogen ist, dass man sie leicht verteilen konnte. Die gibt es nur bei uns im DM nicht. Die gibt es wirklich nur in größeren Märkten. Beziehungsweise ich glaube, ich hatte sie bei Rossmann oder bei Müller oder sowas mitgenommen. Bei uns gibt es von der Marke immer nur das Öl, was auch super ist. Aber ich bin irgendwie nicht mehr so der Öl-Fan gewesen in dieser Schwangerschaft, weil ich immer das Gefühl habe, Öl ist so eine Sauerei. Und dauert irgendwie ewig, bis es eingezogen ist und la 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 la. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will immer, dass es schnell geht. Und ja, auf jeden Fall von Bellybutton. Das ist ja eine extra Mama-Marke sozusagen. Gegen Dehnungsstreifen. Reichhaltig an Pflegeölen und Shea Butter und so weiter und so fort. Body Balsam, vegan, farbstofffrei, tierversuchsfrei und so weiter und so fort. Also richtig, richtig nice. Die mag ich sehr. Und abgesehen von der Schwangerschaft denke ich, dass ich mir die nachkaufen werde, weil die echt toll ist. Ich muss nur mal wieder irgendwie woanders hin. Meistens ist es so, wenn wir in der Drogerie sind, gehen wir hier zu uns zum DM einfach. Und ja, der hat es wie gesagt nicht. Dann von Evelyn die Maxi-Wattepads sind leer gegangen. Ich glaube, dazu bin ich auch nicht großartig was zu sagen. Ich mag die einfach unheimlich gerne. Dann von Denk mit die feuchten Allzecktücher. Zeige ich euch auch schon seit Ewigkeiten. Ganz, ganz, ganz groß Liebe. Dann von Yapoda ist The Mist Half leer gegangen. Auch das ist etwas, was in meiner täglichen Routine ist. Jeden Morgen, jeden Abend benutze ich es. Ich liebe es. Spendet so viel Feuchtigkeit. Ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Dann ist ein Duft leer gegangen. Der stand unten bei uns im Räumchen, wo unsere Schuhe und Jacken und so weiter hängen. Da habe ich immer irgendwie einen Duft drin. Und da war jetzt gerade das hier gewesen. Das ist von DM übrigens die Eigenmarke. Ich weiß nicht, was in der Duftrichtung das war, aber da gibt es ja viele verschiedene. Dann habe ich, als es noch ein bisschen wärmer gewesen ist, hier von so verschiedene Masken getestet gehabt. Einmal von Babylove und einmal von Marbein. Keine Ahnung, wie die Marke ausgesprochen wird. Das sind zweimal. Kommen wir erstmal zu den Bauchmasken. Das sind zwei Bauchmasken. Bei der hier von Balea muss ich sagen, die war übertrieben groß. Also das hat überhaupt gar nicht. Und ich habe schon einen sehr, sehr großen Bauch. Aber ich habe es trotzdem noch mal bestimmt so ein Stück umklappen können. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemeint. Auf jeden Fall. Das fand ich so ein bisschen so übertrieben einfach. Ich hätte theoretisch, glaube ich, das Tuch sogar in der Mitte durchschneiden können und es zweimal benutzen können. Aber nichtsdestotrotz war das eine sehr, sehr, sehr tolle Bauchmaske. Hier ist Aloe Vera drin, Vitamin B5 und so weiter. Sorgt einfach für Feuchtigkeit und kühlt. Ich hatte das vorher im Kühlschrank gehabt und gerade an so warmen Tagen ist es sehr, 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 sehr angenehm. Es war ein weiches Tuch und auch das dann, wenn man das abgemacht hat, ist es schön noch mal eingezogen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die fand ich super. Und bei dem hier war es so gewesen, das Tuch war ein bisschen kleiner. Es hat wirklich so auf den Bauch gepasst, ohne dass man viel Überschuss oder sowas hatte. Hier ist auch, also es ist auch jetzt hier veganes Produkt, parfümfrei und so weiter und so fort. Kalt-warm kann man es anwenden, je nachdem, wie man es gerade haben möchte. Und hier ist auch zum Beispiel Aloe Vera drin, Gurken und so weiter. Für die Schwangerschaft zur Hautpflege oder eben auch für nach der Geburt. Und verbessert einfach die Elastizität und unterstützt das Bindergewebe. Hier ist auch Hyaluronsäure drin und ich fand die auch super. Ich weiß nicht mehr, wie die vom Duft war, aber ich glaube, die waren beide so relativ neutral. Gar nicht irgendwie penetrant nach irgendwas gerochen oder sowas. Also ich fand die beiden wirklich gut. Aber dadurch, dass das hier viel, viel teurer ist als das hier, würde ich dann eher das hier benutzen. Dann leider ein Flop-Produkt, ein absolutes Flop-Produkt, sind diese Beinbinden. Ich hatte sie angewendet, nachdem ich baden gewesen bin und eh schon so ein bisschen Juckreiz hatte. Das hätte ich nicht unbedingt machen sollen. Aber mir haben ganz, ganz viele geschrieben. Auf Instagram habe ich das nämlich gezeigt, dass es irgendwie voll das Flop-Produkt war. Und mir haben da ganz viele geschrieben, dass sie genau das Gleiche hatten. Dass sie ein absolutes Brennen gehabt haben. Die eine hat sogar gesagt, mein Mann hat gesagt, dass ich mich so anstelle und hat sich das selber dann umgewickelt. Und selbst er konnte es irgendwie nur ein paar Minuten aushalten. Man soll das Ganze nämlich eigentlich 10 bis 15 Minuten drauflassen. Keine Chance. Also das sind im Prinzip so lange Bänder. Das ist wie so eine Kompresse, so eine ganz lange, die man sich dann halt eben drum wickelt ums Bein. Genau, kann man auf die Waden machen. Oder bei mir hat es so, ich habe es an den Knöcheln angefangen und es ging so bis zur Mitte vom Oberschenkel ungefähr. Also man kann da wirklich einiges mit wickeln. Und hier ist Panthenol, Minze und roter Weinlaub drin. Und es soll einfach in der Schwangerschaft sein für schwere, müde Beine, um das ein bisschen so zu erholen und irgendwie so eine entlassende Wirkung zu geben. Aber Leute, erstens, wenn man das die ganze Zeit einatmet, ist es einfach so penetrant nach Minze. Also dieses Pfefferminz, das ist einfach so, das ging gar nicht. Dieser Duft hat mich extrem genervt. Also ich habe währenddessen Fernseher geguckt und mir nur gedacht so, boah, wie schrecklich. Also vom Duft her gar nicht meins. Aber noch viel schlimmer ist, das ist wirklich wie, wenn man sich so einen richtig scharfen Pfefferminz-Kaugummi oder Bonbon in den Mund steckt. Und dass die ersten Minuten, Sekunden so richtig scharf ist, so bevor man erstmal so dieses erste weggekaut hat, sozusagen. Dieses richtig scharfe Penetrante. So war das wirklich auf den Beinen. Das war so richtig, es war einfach unangenehm. Es war nicht schmerzhaft, aber es war extrem unangenehm. Es war einfach kein Wohlfühl-Spa-Moment, sondern einfach so dieses, boah, wann sind die Minuten und wann kann ich das wieder wegmachen, weil es nervig gewesen ist. Also absolutes Flop-Produkt. Viel, viel zu krass dosiert anscheinend mit dieser Minze. Auf gar keinen Fall eine Kaufempfehlung. Dann noch ein Belly-Button-Produkt. Das ist die gleiche Serie wie diese Lotion. Oder beziehungsweise das hier ist jetzt ein Balsam und das hier ist eine Duschlotion. Für alle Mamas, die faul sind, sich einzucremen. Oder auch, abgesehen von der Schwangerschaft, auch so, wenn man sagt, boah, ich bin echt eincremefaul. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Wenn man das rausdrückt, ist es nämlich von der Optik her wie so eine Bodylotion, aber noch ein bisschen flüssiger. Das ist wie so ein Duschschaum halt eben, also wie so ein Duschbalsam. Das ist wirklich eine Mischung. Also in der Dusche ist es wirklich so, das fühlt sich super weich an, schäumt, aber trotzdem macht sauber und so weiter. Aber man hat wirklich danach das Gefühl, dass man sich nicht unbedingt eincremen muss. Ist klar, wenn man jetzt ganz sensible, trockene Haut hat oder verschiedene Stellen oder sowas, dann ist das was anderes. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass man sich theoretisch danach nicht eincremen müsste, weil es wirklich super, super pflegend ist. Hier ist Mandelöl und Traubenkernöl drinne und ist eben eine Duschlotion. Zwei in eins, Wohlfühlzeit, intensive Pflege, ohne Farbstoffe, vegan und so weiter und so fort. Also richtig, richtig nice. Also ich liebe diese Marke, die haben echt, ich hatte da noch nie ein Flop-Produkt. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Dann noch eine Handseife ist leer gegangen und zwar von Bath & Body Works, die Cherry, Japanese Cherry Blossom Version. Und die riecht einfach nur so unglaublich gut. Ich habe jetzt eine neue aufgemacht, weil die hier gerade leer gegangen ist. Auch von Bath & Body Works, aber die Cherry, die Black Cherry Variante auch ganz, ganz große Liebe. Also jetzt, ich glaube, ich habe nur noch eine Flasche. Also ich muss echt gucken, wo ich das herbekomme. Aber ich weiß, es gibt verschiedene Online-Shops, wo man das bestellen kann, aber die sind halt so gestört teuer. Also mal sehen, wann wir irgendwann mal wieder in die Staaten kommen, dann werde ich auf jeden Fall wieder aufrüsten. Genau. Dann habe ich die letzte Zeit versucht, fleißig, fleißig, fleißig. Ich weiß gar nicht, wo die anderen hin sind. Ich hatte auf jeden Fall noch mehr. Ich hatte jetzt vor zwei, drei Tagen nämlich erst die pinke drauf gehabt. Die liegt hier bestimmt irgendwo rum. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ihr habt es ja dann in meinen Vlogs gesehen. Habe ich versucht, ganz viele Pads und so weiter mal aufzubrauchen, damit der Kühlschrank ein bisschen leerer wird. Ich habe so unglaublich viele Masken da drin. Die hier sind jetzt von Ayuti. Da habe ich die blaue Variante, die goldene und auch die pinkene vor ein paar Tagen. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Vielleicht ist es auch in den Müll gewandert. Ich weiß es nicht. Aufgebraucht und auch ganz viele von Yapoda. Ich mag die alle sehr, sehr gerne. Also das sind so meine Lieblinge aus der Drogerie, sage ich mal. Wenn man jetzt nur Drogerie betrachtet, dann sind das auf jeden Fall meine Lieblinge. Die sind so richtig schön gelig, ohne dass sie dann halt eben nach einer Zeit austrocknen oder so. Also die mag ich sehr gerne. Die sind sehr reichhaltig. Und dann habe ich noch ein Produkt, nicht aufgebaut, sondern eher ausgemistet. Und zwar war das von EOS. Es ist unglaublich alt, dieses Produkt. Es war aber noch eingepackt, eingeschweißt. Deswegen dachte ich, behältst du es einfach mal. Vielleicht ist es ja nice. Und ich hatte es jetzt letztens ausgepackt und mir hier auf den Tisch gestellt und wollte es dann letztens benutzen, weil meine Lippen so unglaublich trocken geworden sind. Diese Bälle waren ja eine Zeit lang extrem gehypt. Ich glaube, ich hatte jede Farbe und habe die auch wirklich richtig krass benutzt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das stinkt. Das ist eigentlich ein Melonenduft, der unglaublich gut riecht. Das war einer meiner absoluten Lieblinge. Deswegen hatte ich davon auch noch ein Backup. Das riecht aber einfach nur nach irgendwas künstlichem Plastik, irgendwie Knete. Das riecht nach Knete, genau nach Knete. Ja Mann, das ist Knete. Es riecht wirklich nach Knete. Es ist so ekelhaft. Dieser Geruch ist nicht nice. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach kaputt ist, gekippt ist, whatever. Deswegen habe ich es aussortiert. Ach, hier ist es doch. Nicht die pinke, sondern die rosa Variante. Beziehungsweise die sind dann aber pink mit Grapefruit. Genau, mag ich auch sehr, sehr gerne. So, das war's. Das sind die aufgebrauchten Produkte der letzten Zeit. Jetzt mache ich mich mal hier an diese Möbelgeschichte ran, die ich gerade schon gesagt habe. Und dann gucke ich mal, was ich als nächstes mache. Ich muss auf jeden Fall noch was drehen, was ich für Sonntag brauche. Damit ich das auch aus meinem Kopf habe, weil ich weiß ja nie, wann es letzten Endes losgeht. Ich habe ja Hoffnung immer noch, dass es alleine losgeht. Deswegen möchte ich wenigstens so ein paar Sachen erledigt wissen in meinem Kopf, sozusagen. Genau. So, das waren die aufgebrauchten Produkte. Ich melde mich später wieder. Bis dahin. Vielen Dank.